Was geht Leute, ich bin zurück in Content Warning und zwar zu einem Solo-Projekt, wo ich alleine versuche Tag 30 zu erreichen, sprich 2 Millionen Aufrufe. Und ja, die Vollidoten, also Brot of the Cut, Flash of Dummy, sind nicht da, ist ja auch ein Solo-Projekt wie gesagt. Und ich hoffe, dass wir hier in diesem Solo-Projekt Big Slap in den Arsch ficken. Ja! Oh nö, ne Leute, darauf habe ich gar keinen Bock, ich hasse diese Map, die Titanic. Oh, Schokolade? Jodo Leute, wir gehen hier runter in die Titanic. Erschreckt mich doch nicht so. Ich weiß auch damals, du hast mich kaum nicht durchgenommen. Komm her, jetzt bin ich mit dir dran. Junge, ich weiß doch Leute, schaut gerne bei Flash of Dummy vorbei, da haben wir ein Video zusammen gemacht, Junge. Und dieser Mixer. Junge, das war eine gefühlte Mixer-Folge bei dem, ich sag's euch. Ah. Aha, du also. Ich drück dich nicht. Dafür haben wir eigentlich Flash of Dummy. Hä? Oh, ein Talaun! Nein, nein, ein Talaun ist hier. Wir dürfen Talauns nicht überfluten. Deutschland lassen, nicht überfluten Talauns. Oh, das ist nicht schon. Ah, Junge. Das ist nicht schon mal hier. Der Scarab. Da. Komm her. Rottisch, rottisch. Was ist denn hier los, Alter? Oh, kacke. Nein. Weg hier, weg hier. Steh auf. Steh doch auf, bis du kommst, ich schieße oder was? Los! Los! Los, Los, Los! Los, Los, Los! Fazit, ich hasse Mixer. Schokolade! Boah, Junge. Wir müssen jetzt die Kamera finden. Und die ist halt unten. Nochmal Schokolade. Alles klar. Was ist das? Ist das ne Falle? Ist das ne Falle? Ist das ne Falle oder ist das ne Falle? Ich bin ein Chinese. Knochen. Schwarz-Schokolade. So, hier bin ich gefreckt. Ich weiß es noch. Oder irgendwo. Ich keine Ahnung, wo der mich hingeschlagen hat. Auf jeden Fall hier irgendwo. Äh. B, die Kamera ist dispawned. Ich hasse es, Leute. Unwitz. Manchmal dispawned die Kamera. Das ist einfach so beschissen. Es scheint so aber, dass die weg ist. Und ich weiß nicht, wo der Mixer mich hingeschleudert hat. Ich war hier. Ne? Hier. Wo der Aufstehen. Eigentlich hier. Voll. Die Cam ist weg. Wollt ihr mich eigentlich kaum net verarschen? Das einzige, was mich jetzt aufheitern könnte, wäre Big Slap. Noch einer, Digga. Ihr wollt mich ja töten. Let's go. Schon wieder. Oh nein. Hier ist was. Bucht genommen. Nein. Nein. Ich bin in der Sackkasse. Schäcke, Mann. Scheiße. Kacke. Mixer. Renn. Renn. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Versteht ihr? Nein. Broder, das ist kein guter Start des Projekts. Junge, Leute. Jetzt, wenn die Kamera nicht da ist. Junge, ich hab verloren. Was machst du da machen? Letzter Tag mit einer Kamera. Außer Big Slap. Wenn er kommt, dann hab ich gewonnen. Wurde er verloren. Ich hasse dich. Bitte. Wehe, du killst mich jetzt doch mal. Wehe, du killst mich doch mal. Digga. Ich hasse dich. Ohne Witz. Ich hoffe, du wirst irgendwann von... vom Ultraneifu so in den Arsch gebumst, dass du nicht... nicht mehr drehen kannst, nichts machen kannst. Froggy. Zifflog. Fisch. Froggy. Nein. 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 Bro, ich hab dich gehört. Ich hab... Leute, ich hab Mixer gehört. Warte, wo bin ich verreckt? Leute, ich war doch hier. Der Mixer ist gekommen. Hat mich weggeschleudert. Da. Dann wahrscheinlich hier. Und dann. Ah. Piep. Na. Willst du schon? Drei Mixer schon? Was ist da... Was ist da los? Drei Mixer. Drei Mixer. Wach. Leute. Leute. Das ist eine pure Mixer-Folge. Ich sag's euch. Ich hasse dieses Schiff. Ich hasse Mixer. Ich hasse... Alles gefüllt hier. Ah. Puh. Das war knapp. Du scheiß Patrick Star. Soll ich runter? Na komm. Scheiß noch, Leute. Wir gehen nochmal runter. Ich wusste, dass du kommst. Ich sag's dir. Oh nein. Ich bin Sackkasse. Sackkasse. Hi. Bye. Scheiße. Gar nicht gut. Ich bin nochmal weg, ne? Oh. Pokédom. Du bist wenigstens ein Kandidat, den ich... ...nicht so sehr hasse. Wie sonst. Ach. Ja. Pokédom. Pokédom. Och. Aber dich hasse ich. Absolut. Ich hasse dich. Absolut. Aber dich nicht. Ich hasse den Mixer. Absolut. Vorgenommen. Oh ne. Dich Hirbhrein. Hirbhrein, komm. Hirbhrein. Hirbhrein. Hirbhrein macht Saltos. Hirbhrein. Okay. Hoffen, dass dieser Clip jetzt 3K macht. So. Einfach nur hoffen, dass er 3K macht. Echt. Warum's... Warum dies von die Kameras? Ich hasse dich. Bitte. Wehe, du killst mich jetzt nochmal. Wehe, du killst mich nochmal. Die Views sind so schlecht. Digger. Ich hasse dich ohne Witz. Ich hoffe, du wirst irgendwann von, vom Ultraneif, wo so in den Arsch gebumst, dass du nicht, nicht mehr drehen kannst, nichts machen kannst. Oh, Schokolade. Froggie. 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 Nein, 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 nein. Arschloch. Ne, ne. Wirst du schon, 3 Mixer schon? Was ist da los? 3 Mixer. 3 Mixer. Alles gefüllt hier. Oh. Puh. Das war knapp. Du scheiß Patrick Star. Ja. Scheiß noch, Leute. Wir gehen nochmal runter. Ich wusste, dass du kommst. Ich sag's. Ich bin Sackkasse. Sackkasse. Hi. Bye. Scheiße. Gar nicht gut. Noch 1K. Noch 9. Ne. Ich bin nochmal. weg, ne. Pokedom. Du bist wenigstens ein Kandidat, den ich nicht so sehr hasse. Wie sonst. Ach. Ja. Pokedom. Pokedom. Ich werde dich hassen. Absolut. Ich hasse dich. Absolut. Aber dich nicht. Ich hasse den Mixer. Absolut. Pokedom. Oh, ne. Ich hear Brian. Hear Brian macht Seltos. Hear Brian. Öh, wir haben es nicht geschafft. Mein Bein ist weg. Der Algorithmus hat festgestellt, dass dein Content nicht interessant war. Deine Träume wurden zerstört. Du hast dich nie davon erholt. Doch dann hast du bemerkt, dass alles nur ein Traum war, obwohl meine Träume zerstört wurden. Mann, ich wollte doch nur ein großes Projekt machen. Ich hasse Mixer. Jo, das war's für die neue Leute. Lasst ein Lern und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. AY-t Saya Doesn't want to go near. Bye-bye. Vielen Dank.